Ich heiße Jackie Murat, ich bin Clown, Animateur für Kinder, für schwerbehinderte und krebskranke Kinder, generell für kranke Kinder. Heute ist ein besonderer Tag für mich. David und Daniel habe ich durch Ray Baden kennengelernt. Und Ray habe ich nach Yaw-Such-Tanzel-Moschee eingeladen, ihn mal zu schwer zu erwischen, weil Ray ist immer unterwegs und aktiv. Das mag ich sehr. Danke Ray, dass du zuerst mal nach der Moschee gekommen bist. Ich wollte extra von Wiesbaden hierher, wollte nach Wiesbaden nach Hause, aber du hast mein Einladen genommen und bist zur Moschee nach Heidberg gekommen. Ihr solltet diese Kinder unterstützen. Ich sage den Eltern einfach Mut, die werden es schaffen, die werden es am Ende, alle werden es mitkriegen, dass Kinder, dass die beiden schaffen werden. Wie bin ich zu denen gekommen? Natürlich durch Ray Baden, durch seine Facebook-Posterei und weltweit hat er überall gepostet. Und das habe ich gesehen. Das fand ich von Ray super und toll, dass er gemacht hat. Und haltet euch an Ray. Das finde ich sehr, sehr schön, wie er macht. Und wir werden einfach weiterkämpfen und David und Daniel ein neues Leben, ein neues Glück geben. Dankeschön. Dankeschön.